hey schön dass du eingeschaltet hast bei meiner jetzt ersten folge emergency 4 in der berlin modifikation könnt ihr daran erkennen dass jeder reistag ist und ja wie gesagt ermöglicht hier polizei feuerwehr alles mögliche und wir warten jetzt auf unseren ersten einsatz austritt einer unbekannten chemikalie das heißt wir haben ein abc einsatz dafür brauchen wir abc zug dann brauchen wir noch ein nef ein rettungswagen ja das müsste glaube ich reichen und vielleicht doch vorsichtshalber eine polizeistrahlung gut hier war ein feuer und das ist wieder ausgegangen sofort okay es hört sich noch mal feuer an ich sehe kein feuer na gut dann wohl nicht so wir müssen jetzt warten auf unsere einheiten ja wie sie sehen sehen sie nichts unsere einheiten sind noch nicht unterwegs also die berufsfeuerwehr hier könnte ich los schicken aber die bringt mir nichts dann werden die alle hier kontaminiert das wollen wir nicht deswegen warten wir jetzt auf unseren abc zug der rettungsdienst also der notarzt der ist schon unterwegs ja was haben wir denn jetzt schon wieder person im wasser so eine auch mensch mit da ist eine person im wasser und einmal den notarzt gut ja wie sie sehen die feuerwehr ist unterwegs im großaufgebot um unseren lieben herren kollegen mit arbeiter oder arbeiter zu retten das bekommen wir schon hin gut unsere streife der abc erkunde gut der notarzt gut so wir wollen einmal unsere mensch der muss gerettet werden so der rettungswagen kann da bleiben da kümmern wir uns jetzt kümmern wir uns jetzt um die chemikalen die aus einem container kommen so ich höre es ist jetzt fertig deswegen kümmern wir uns jetzt um unseren kollegen der wird jetzt von dem lieben rettungsdienst versorgt so so dann schauen wir uns an bei hier vorbei bei unserer wasserrettung das dlerg kommt jetzt gerade erst mann wir haben hier eine kollabierte person rufenの Laune uns einmal den rettungsdienst Rettungsdienst. Der Lootart ist vor Ort. Jetzt brauchen wir noch einen Rettungswagen. Den hole ich jetzt. So, anbei hier. Der Rettungsdienst transportiert die Person jetzt ab. Das heißt, die können alle wieder einsteigen vom AWC-Schutz. Auf dem Weg. Einmal ins Krankenhaus und das wieder aufgenommen. So, diese Einheiten können alle wieder abrücken. Unsere Polizeistreife kann hier bleiben. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Wasserrettung hier. Genau. Bin unterwegs. Einmal hier den Verletzten. Ich hoffe, der ist nicht tot. Ja, auf dem Weg. Das hoffe ich jetzt. Ganz, ganz, sehr. Ganz, ganz toll. Da kommen, da kommen, da kommen. Und einmal ohne Verletzten können. Los geht's. Höre, auf dem Weg. Der Rettungsdienst ist hier auch schon da. Ja. Und, und, und. Ich glaube, sie hat's geschafft. Höre, wird umgehend durchgeführt. Ja. Hier genauso einmal den Verletzten aufnehmen. Und weg damit. So. Einmal dann ins Krankenhaus. Und hier ebenfalls einmal ins Krankenhaus. Das DLRG bleibt hier. Der Rettungsdienst muss zuerst los. Und der Notarzt kann nach Hause. Und wir stellen das DLRG auf dem Parkplatz von der Feuerwehr. Der kommt hier nicht durch. Gut. Jetzt ab ins Krankenhaus. Der fährt auch schon ins Krankenhaus. Gut. Ja, meine Lieben. So ist der Job bei der Feuerwehr. Knüppelhart. Wir haben eine Ölspur. Einmal ein Fahrzeug in Feuerwehr und eine Steife. Streife hole ich jetzt nur einfach so, damit wir die gleich auf Streife schicken können. So. So, die Streife, die lassen wir jetzt einfach. Die schicken wir auf Streife. So, genau. Da kommt unsere Rettung einer Ölspur. Mal ein Sonderzeichen raus. Wie brauchst du Blaulicht? Ach komm, scheiß drauf. Mach dein blödes Sondersignal. Und fahr jetzt zu diesem scheiß Einsatz. Sonst ist es nur eine Ölspur. Gut. Zack, zack, zack. Aussteigen. Was gibt's? Und der Rest kann schon wieder einsteigen. Ja. Das kriegt da ja wohl hoffentlich geregelt. Sehr schön. Jetzt ist das Öl weg. Flop. Genau. Und wir fahren wieder auf Wache. Ja. So, jetzt warten wir, lehnen uns zurück und wir warten auf den nächsten Einsatz. der Freiwilligen Feuerwehr und Berufsfeuerwehr aus Berlin. Berlin. Jo. Hoppala. Hopp. So. Ruhige Schicht. Wir lehnen uns wieder mal oder immer noch gespannt zurück und hoffen, dass in Berlin nichts weiter passieren wird, dann haben wir alle unsere Ruhe. Ja. Hier ist doch schön ruhig. Nein. Sondern. Ja, hier war es irgendwo schön ruhig. Ja, hier. Da, wo wir gerade die Ölspur hatten. Ja. Was machen wir jetzt? Wir warten. Auf eine Übung fahren werde ich jetzt nicht, weil es könnte ja plötzlich ein Einsatz kommen. Da muss ich alles abbauen. Ja, Leute. So, id dat. Und, wie geht's dir? Also, mir geht's gut. Und dir? Okay, ich kann dich jetzt nicht hören. Aber ich hoffe mal, dass es dir gut geht. Bis als vielen Leuten da im Krankenhaus. Eine alkoholisierte Person direkt nebenan. Ist doch mal sehr schön. Dann schicken wir einfach mal. Schicken wir einfach mal eine Streife. Oh, vielleicht noch zwei, drei Streifen noch dazu, als Verstärkung. Ja. So. Ein Feuer. Hey, da schicken wir mal das Telefin. Das erledigt das für uns. Unsere erste Streife kommt an. Guten Morgen. Sind sie alkoholisiert? Oh ja, die schlagen sich. Kaum verhaftet. Du bist verhaftet. Ein Baum auf der Straße. Wow. Ah, da kommt eh kein Auto. Da warten wir noch. Das Feuer hat Vorrang. Äh, so. Ja, hier. Die alkoholisierte Person. Was gibt's? Ja. Die Streife brauchen wir nicht. Wagen kann auch Streife fahren. So, wir warten jetzt auf diesen Polizeiwagen. Der dann den alkoholisierten Mensch da abholt. Wir könnten theoretisch auch mit dem Streifenwagen wegfahren. Aber der soll auf Streife bleiben. Deswegen hole ich da jetzt noch ein zweites Fahrzeug. Ja. Hier ist ein Feuer ausgebrochen. Da kommt unser TLF schon. Und kümmert sich um diesen Dreck. Und. Wasserwerfer an. Und dann rauf da. Perfekt. Und wieder aufwache. Das war's. Ja, da komm. Läuft doch. Da kommt er. Gut. Gut. Hörer, bin unterwegs. Äh, Kollegen-Tausch. So ist's brav. Und wieder auf Streife. Ich schicke ihn nicht auf Streife, sondern wir stellen dich da hin. Genau. Und jetzt kann unser lieber Kollege sich auch hier drum kümmern. Ah, fangen wir mit schneller. Äh, super. Einmal den Baum weghexeln. Wird umgehend durchgeführt. Dafür brauchen wir kein Blaulicht. Nur ein Baum. Ich frage mich, wo der Baum überhaupt herkam. Ich glaube nicht, dass er da stand auf der Straße. Bäume können fliegen. Ein Baum, der fliegen kann. Das gibt's. Wird gemacht. Wird umgehend durchgeführt. Gut. Und wieder zurück auf die Wache. So, Leute. Wir haben noch knapp drei Minuten. Mal sehen, was bis dahin noch so passiert. Ja, anscheinend nix. Oh, doch. Wie sensationell. Ah, das schicken wir gleich unser. TLF hin. Eine gestürzte Person. Das ist... Hallo, die Streife, die kann man gleich hier beim Bruch im Haus. Da versteckt sie sich. Zack. Armer, bitte erste Hilfe leisten, meine lieben Jungs. Was gibt's? Perfekt. Und den Rettungswagen rufen. Gut. Ja, und unsere Ölmänner sind auch wieder da. Auf dem Weg. Ach, du Schade, das ist eine ganz schön lange Ölspur. Aber das bekommen wir hin. So, unsere Streife ist immer noch hier. Ihr sollt weiter erste Hilfe leisten. Kümmern sich um unseren lieben Kollegen hier, der am Boden liegt. Das sieht doch echt toll aus. Lass wir hin, plötzlich steht eine Streife. Kümmern sich um einen Verletz. So, die Civi-Personen halten wir an. Die gehen da schön weg. Perfekt. Unser Rettungsdienst. Hallo. Einmal Dankeschön. Und zack. Und der Rettungsdienst ist da. Ja. Los geht's. Bitte um den Verletzten. Ja. Bin unterwegs. Ah ne, steig nochmal aus. Bin unterwegs. Ja. Aus. Okay Leute, an dieser Stelle höre ich dann mal auf, weil meine Zeit abläuft. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Also, hau rein. Und ja, dein David wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Und bis dann.